Welcher Bereich, logischerweise neben Teamtraining, ist für dich am wichtigsten? Athletik, Mindset, Erholung oder Ernährung? Das ist eine schwierige Frage, gell? Ja, klar, weil das ist eine ganz schwierige Frage, weil alles ineinander greift. Genau, das Gesamtpaket macht es aus. Und man kann halt leider nicht messen, welches Element das beste Ergebnis liefert. Aber was unterschätzt wird aus meiner Sicht, ist ganz klar die Erholung. Natürlich, Erholung heißt nicht, einfach nur kein Training machen. Dann aber sich vielleicht an so einem Sommertag dann fünf Stunden mit dem Boot auf den See knallen. Macht zwar Spaß, ist für den Urlaub auch ein tolles Erlebnis, aber ist jetzt keine aktive Erholung. Sondern wenn man wirklich englische Wochen hat und wenn es darum geht, wirklich zu regenerieren, dann muss man natürlich auch sinnvolle Dinge machen und sich wirklich auch relaxen.